Die Zukunft liegt in der Digitalisierung und Robotik. Die Fakultät Wirtschaft und Technik bekommt nun Verstärkung in der Lehre. ASIMO heißt der neue Kollege. Erstes Pilotprojekt ist das Fach Informatik im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Die Vorlesung wird nun nicht mehr von Prof. Dr. Marx abgehalten, sondern sein auch immer stets gut gelaunter Kollege ASIMO übernimmt das Fach zukünftig komplett. Die Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen. Auch bei Zwischenfragen ist ASIMO um keine Antwort verlegen. Kennt ihr den? Wie viele Softwareentwickler braucht man, um eine Blühbirne auszuwechseln? Keinen, das ist ein Hardwareproblem. Hahaha. Zusätzlich gibt es in gewohnter Manier Tutorien und für die Nachbereitung ist dann wieder Kollege ASIMO im Einsatz. Es ist auch angedacht, dass zukünftig die mündlichen Prüfungen durch ASIMO durchgeführt werden können. WirOimer elemento. Die Awareness und Märna Untertitelung Das ist echt noch nicht ganz wichtig. Vielen Dank.